Und damit begrüße ich euch herzlich wieder zu Banjo-Kazooie. Mit eurem Alpha Chief muss ich mich jetzt gerade hier richtig schön gemütlich hinsetzen. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft. Ich bin jetzt da hochgekommen auf den Weg. Aber habe ich gedacht, ich komme zu einem kleinen Schleichweg. Dadurch habe ich ein Puzzleteil gefunden. Das werde ich euch eben kurz hier halt zeigen. Und ich habe auch mit einer dieser bunten Viecher gefunden. Aber das habe ich jetzt keine Aufnahme gemacht. War mehr oder weniger ein Zufall. Bin wieder gestürzt. Auf jeden Fall habe ich wieder 10.000 Millionen Versuche. Gebraucht, um hier hochzukommen. Geil, wenn das sofort nicht klappt. So, jetzt werde ich ihm erstmal die Würmer geben. Ich bin jetzt gerade so nervös, weil ich so oft verkackt habe. Ach, Gott sei Dank. So. Schön, saftig. Mh. Mal rein hier. Groß, nicht schlank. Mehr brauchst du nicht? Jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Meine Herren, ist der aber groß geworden. Der ratzt. Gut. Das heißt, im Herbst sehe ich dich wieder. Aber wie soll ich das jetzt verstehen? Nimm mich mal an. So. Äh. Geht's denn weiter? So. Ich nehm mal an. Höher. Oh, hätte ich jetzt immer. Habe ich wieder. Sollte ich runterfallen, werde ich wieder versuchen, als, oh, Biene zu starten. Was habe ich denn hier für Probleme jetzt? Du wirst gar nicht, wie ich mich hier gerade anstelle. Wie so ein Häppchen doof. Habe ich hier rein. Ich glaube, hier habe ich nämlich alles letztens kassiert. Oh, Schädel. Äh, ja. Und hier gibt's noch ein Leben. Ein Leben. Ein Leben für mich. So, nochmal eben hier kicken. So. Gibt's, glaube ich, nix mehr für mich. Auf jeden Fall ein Leben habe ich. Dann mal schnell weg hier. Ich glaube, hier könnte ich als Sumsebiene wieder ein bisschen arbeiten. Äh. Sonst wüsste ich nicht, was ich hier noch so eigentlich machen soll. Biber ist befreut. Puzzleteil habe ich gefunden. Rest könnte ich ja theoretisch als, äh, Biene verarbeiten. So. Stimmt. Und den Hayopi habe ich noch nicht besucht. Genau. Also, letztes Mal, ja. Aber. Dadurch, dass ich ja neu starten musste. Äh. Alter. Dadurch, dass ich neu starten durfte. Der hat mich gefurzt. Ich glaube, der hat Bauchschmerzen. Weil der hat gefurzt. Der hat gefurzt. Kann ich nicht, kann ich dir nicht helfen? So. Nö. Nö. Gleich fruchtest du ja wieder. Nö. Momentan nicht. Gut, ich weiß noch nicht, was ich sonst bei dem machen soll. Dass ich ehrlich bin. Also, Musik, Musik, Notis, Musik, Notis, Musik, Notis. Könnte ich jetzt auch mal eben einkassieren. Ja, bei dem Bienenstock bin ich so ein bisschen genervt. Weil. Der Bienenstock. Da ja nicht hin kann. Als Bär oder was. So. Habe ich nämlich mal mit. Äh. Döp, 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 döp. Ich glaube. Kann ich jetzt hier nichts machen? Ach, wegen dem Scheiß. Da hätte ich jetzt keinen Aufwand. Oh ja. Oh ja. Alpha will den Weg zurückgehen. Oh ja. Ob das so gut wird. Ob das so klappt. ja 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 jetzt ist nicht so groß dann starte ich mal die wald sumse biene muss raus weil ich da einfach vorbeilaufe am leben hier kommt so gut wie alle gekillt jetzt weiß ich nicht ob ich alle teile krieg ich glaube ich habe die befürchtung dass ich sowieso nicht alle brauche ich bin ich voll gefuttert dann gehe ich mal schnell zu dem mumbo könig der kamel treiber hier ist ja nicht mehr da so geil jetzt bin ich schon wieder hier auf diesen trick reingefallen großmeister zu heiß wird zauberkram mumbo mehr lust auf sonnen die sich also jetzt im ernst die jetzt willst du dich von hier noch die schwach du musst dich schwach Kein bock wie zu heiß Der macht mich schwach Da macht mich fertig Der hat keinen bock Kein bock auf zauber heute zu heißes ich schwächel Er macht mich fertig ich schwöre es euch er macht mich fertig Dieser schwachmaten johnny Das ist Ich habe euch alle verledigt Ach ne ich bin ja Ab kurz und zu lang So Gemäldi Frutze So Jetzt habe ich euch alle fertig hoffentlich Dann gucken wir noch mal einen Bienenstock Ob ich jetzt reingehen kann Der sieht ein bisschen heavy aus hier Ich kann rollen Hm Ein bisschen suspekt Alarm Alarm Da ist der dicke Bär er will Grundtildas Gold Klauen Steht ihn Zubats Na los ihr Zubats So Was haben wir jetzt Ihr Zubats Ja alter Ich nenne es lieber Zubats So Ihr Zubats Alter es gibt es doch nicht Okay So Ich werde gestoffen von Bienen Die mir am Peks gehen So Einer noch Alter Wer will denn noch So Haha Er hat uns besiegen Naja Es war sowieso kein toller Job Immer dieses langweilige Ding zu bewachen Da gibst du mir doch direkt Pfeife So Habe ich das Ding dann auch Ich glaube das war es Ne Kann ich jetzt hier raus Vielleicht zufällig Na schön Ich passe nicht was noch Okay Gut Sumsebiene Erledigt Die Zubats Habe ich erledigt Aha Zubats Zubat Haha So Na Geht doch Äh Ich nehme mal an Ganz stark Dass hier nichts mehr zu tun ist Weil es ist alles einfach vorbei Hab doch alle besiegt Was ich brauch ist ein Leben Sonst geh ich noch drauf Das ist echt Kein Scherz Ich hab Kein Bock Zu sterben Da Dumm Da Dumm Da Dumm Da 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 Heißt ja ich Oh ich nehme mal echt stark an Ich kann ja echt hier raus Weil ich glaube bei den Biber Typen Kann ich glaube ich nichts machen Guck mal ganz stark an Ganz doof Kann ich dann eigentlich Wenn jetzt Soll ich dann zum Frühling wieder rüber switchen Den Spaß gönne ich mehr machen Mhh Sumsebine Sumsebine Okay Ich switch mal zum Spaß zum Frühling Mal gucken was sich dann ändert Obwohl warte mal Wenn ich wieder reingehe Bleibt alles so Weiß ich jetzt nicht Wenn ich jetzt zum Frühling switche Dumm 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 Bleibt dann so alles Ich glaube nicht Mahlzeit Nihaha Bauen nur einen Blick Hm Hab ich mir gedacht Hab ich mir gedacht Das heißt jetzt Wenn ich jetzt Irgendwas muss ich doch machen Bei dem Oder irre ich mich Na Ich meine nochmal Jetzt in den Sommer Resettet der alles dann Nee Er ist jetzt nicht Felsenspudel Raff nix Da da dia di Da da du da 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 di Da da du da 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 Na gut Dann gehen wir jetzt In den Herbst hinein Mhhh Allzeit 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 Oh Es wird kalt Herbstzufuhe Ne Herbstzeit So Wer muss noch mehr holen? Baby hat Hunger. Will zehn Raupen haben. Ach du heiliger. Ich erinnere mich, wie ich noch kassieren musste. Ach du Kacke. Der macht mich schwach. Der macht mich einfach schwach. Ein ganz Laub. Aha. Haupenpastisch. Jetzt haben wir hier Musiknoten am Ende. So. Oh ja. Ach nö Digga. Also jetzt machst du mich aber jetzt mega schwach. Geilo verhandelt. Alter. Oh Mumu viel Arbeit mit Blättern auf dem Boden. Heute nix zauber. Digga ich hasse dich. Ich hasse dich nur. Ich könnte dich sowas von hassen. Ey, ich hasse diesen Typen. Entschuldigung, wenn ich diesen Typen mega hasse? Oh Gott, wie sehr ich diesen Typen hasse. Du, 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 du. Ah, der Kamil. Kameleonski. Ja, 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 ja. Komm, mach mal. Ling, ling. So. 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 Habe ich jetzt diese Funze auch noch erledigt? So. Kann ich da zum Kamel? Ach, guck mal, da oben. Och, da ist auch ein Würmchen. Ja, 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 komm. So. So, geht doch. Hä? Das war nicht geplant. Och, nö. Das heißt, ich muss von da ganz unten oben ballern. Oh. Ei. Ey, alte Hütte. Kamel. Kamel, das ist. Hä? Ich mag den. Komm, jetzt muss das Ding doch ausgewachsen sein. Geht doch. Da ist das Ding. Ich habe eine Idee. Ich haue ab in die Lavawelt. Dort werdet ihr mich niemals finden. Ob das ein Wink ist? Lavawelt? Das ist bestimmt ein Wink für irgendwas. So. So. Komme ich jetzt weiter hoch? Hm. Irgendwas? Äh. Das ist doch scheiße. Äh. Hallo? Ah, ja. Irgendwas läuft doch immer kacke. Das ist doch jetzt kacke. Hey. Wird nur einer. Wahrscheinlich im Winter. Ach, von da oben? Ne, Mann. Ah, hier kannst du ja nicht fliegen. Obwohl die jetzt 10.000 Fehlern sind. Hm, 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 hm. Hauptentastisch? Was habe ich da in dem Puzzleteil? Ich konnte das nicht machen. Geilu. Komm mal her, alte Raube. So. So, langsam hier. Äh, hm. Hm. Du, 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 du. 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 Ha. Schlimmste ist, dass du diesen Scheiß richtig anpeilen musst. Dann kriege ich das. Mahlzeit. Wo ist das anstecken? Ach, du blöder Sack. Jetzt gehst du mir auf den Keks. Nur wegen dieser Musiknoten. Das kiehre ich jetzt nicht auf den Kraten. Danke. Achso, ich kann ja den Eumel da unten besuchen. Ich kann den Eumel besuchen. Alter, jetzt im Ernst jetzt? So, geht halt. So, geht halt. Geh nicht mehr am Keks, diese Vögel. Wie viel habe ich denn von euch denn schon gekillt? Ich brech ins Essen. Oh, das war im Mikro, habe ich berührt. Äh, schuldige Gänse. Die, 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 die. Achso. Aber er hat sich ja eh, erledigt mit dem Zauber jetzt. Achso, stimmt. Eumelien. Oh, gut. Oh, gut. Das ist echt anstrecken. Das ist echt. Die Mukke ist echt anstecken. Richtig gefährlich. da 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 so ein wunderschön du bist ja endlich habe monate auf dich gewartet um dir das hier zu geben julio jetzt mal hier in einer hütte um ich habe geguckt der bieber soll angeblich von don't come sein ich nicht kennen weißt du wie sie mich attackieren niedlich so was ich brauche rauchen noch zwei stück da 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 ich würde sagen liebe freunde das jetzt an der stelle einfach mal feierabend mache wir uns auch einfach in der nächste folge auch wieder sehen denn könnt ihr noch etwas muss ich ja so werden scheiß tun so habe ich erledigt gut ich würde einfach sagen wir uns in der nächsten folge bei alpha tschiff